ok da wäre wesentlich mehr drin gewesen 293 zu 751 naja setzt sich ganz so prickel muss ich sagen ok level 5 es wird schon wesentlich verzwickter aber das war knapp nein warum springe ich dann in den rein gibt es doch nicht hey mensch konzentration ja das ist immer so wenn man keine geduld mehr hat und bei solchen spielen immer alles ganz schnell schnell durch haben will ja das ist auch mal ein geiler effekt ah so erstmal gucken so die hat schon gut power hier Jetzt müssen wir sogar mit Kisten arbeiten. So geht das doch auch. Egal. Also ich bleibe lieber so ein bisschen in den Evil-Modus. Das gefällt mir irgendwie ein bisschen besser. Ich weiß auch nicht warum. Aber okay, es geht wohl nicht immer. Also, hier müssen wir wahrscheinlich wieder die Liebe spielen. Dann tauschen wir hier mal. Ja, Checkpoint. Sehr gut. So geht das auch. Zack. Ah, ich glaube, hier müssen wir sogar einbrechen. Oh nein. Und dann falle ich da hinten runter, ey. Das gibt's doch nicht. Ey, nicht da runterfallen, Mensch. Ey. Immer dieser Amateur-Spieler hier. Was ist denn da los? Ja. Da muss ich mir mal was ausdenken hier. Ja, so. Nö. Nö. Das... Funktioniert das so? Nö. Da muss ich da irgendwie eine Lösung geben. Okay. Gucken wir uns mal ganz in Ruhe an, wenn wir endlich wieder angekommen sind. Ey. So. So. So, nach oben geht es auf jeden Fall. Achso, wir können ja auch... Ne. Aber von der Idee her ist das, glaube ich, schon in Ordnung. Ja. Das heißt, äh... Wir müssen irgendwie... Ne. Ne. Das ist so eine Stelle, wie da, ähm... Ja. Glaubt man ja nicht, dass, äh... Jump'n'Run-Spiele so einfach sind. Okay. Dann machen wir es doch einfach geschickter. So. Genau. Jetzt werfen die hier mit ihren Knochen-Mobilis. Okay, das könnte klappen. Das könnte auch. Ja, so geht es nicht. Okay. Ja, so geht es auch. Zack. Zerlegt. Zerlegt. Okay, jetzt haben wir die Kiste. Das war's. Jetzt nach oben. Ja, super. Jetzt wieder switchen. Ist hier noch irgendwas? Nee. Die nehmen wir doch gern nochmal mit. Keine Ahnung, wer da rüberkommt. Aber egal. Soll uns jetzt nicht stören. Wir haben auf jeden Fall ein Checkpoint erreicht. Wir müssen trotzdem mal gucken. Der eine Pfeil zeigt nach rechts, der andere Pfeil zeigt nach links. Okay, geht nach oben. Das heißt, die fangen sogar an, uns zu verarschen. So. Jetzt sollen wir schräg nach oben. Na ja, so geht's ja auch. Ich weiß gar nicht, warum ich immer versuche, die Wände mit einzubeziehen. Brauche ich doch gar nicht. Geht doch auch so. Genau, und hier ja auch. So. Oh. Hat uns gleich überrannt. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Okay, aber wie soll man denn da ausweichen? Jetzt machen wir mal ein Rätsel. Oder können wir ins Wasser? Ne. Ist ja auch anscheinend Säure. So, weiter. Dann versuchen wir es mal hier. Mit, ähm. Kann man, eigentlich kann man sich ducken? Ah. Ne, auch nicht. Okay. Ich hab gedacht, wenn wir die Charaktere wechseln, dann geht das halt, aber. Einzige, was versuchen kann, wir können uns ducken, aber. Ob das was bewirkt. Ja, das geht. Okay. Das hätt ich ja nicht gedacht. Au. Aber, okay. Das kriegen wir auch noch hin. Okay, dann müssen wir da ein bisschen schneller und geschickter jetzt sein. Ja. Schneller und geschickter. Aber dann auch wirklich machen. So, jetzt runter. Hey. Das war ich, wenn wir jetzt direkt hier wechseln. Dann haut er ab. Also müssen wir das hier schon so machen. Ja. Boah, ziemlich knapp, muss ich sagen. Und wieder ein Checkpoint der Reiz. Super. Wenn die springt und, äh, macht, hört sich das an, als wenn sie Schlucke auf hat. Ei, ei, ei. Die verlangen ja echt was ab hier von mir. So, jetzt haben wir's. Auch wieder knapp, ne, weniger. Vielleicht 30, 30, 35 Prozent an eingesammelten Diamanten. Level 6. Gucken, wie weit wir's überhaupt schaffen. Ui. Ich war hier ein bisschen betriebsblind. Bin hier so gut durchgekommen, dass ich gar nicht gesehen habe. Also, dass der sich hier bewegt. Alter, und wie schnell. Das war reiner Zufall. Jetzt hüpf, hüpf. Ich lass eigentlich, wenn wir jetzt hier umschalten. Nein. Macht doch nicht sowas. Obwohl, das schmeckt ja auch wieder richtig gut. Viele Punkte. So. Ich weiß gar nicht, warum das so schwer ist, dass ich da immer daneben springe. Ist doch gar nicht so schwer. Das ist scheiße, äh, schwer. Jetzt bin ich wieder hier. Dit, 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 dit. So, weg von der Wand. Na. Jetzt brauche ich doch eigentlich nur rüber gehen. Ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Jetzt fallen. Jetzt müsst ihr ja eigentlich rüberfahren. Ja, Checkpoint. Moment. Das hätte ich ja nicht gedacht. Ah, so viele Punkte, das schmeckt. Gut, dass ihr so fliegen kann. Ja, komm. Dann geht's da scheinbar auch so. Ja, super. Ja, ich glaube, das ist, ähm, mit dem Charakter hier bei diesen ganzen spitzen Steinen. Wie auch immer. Wie auch immer. Das ist, glaube ich, echt sinnvoll. Wo kann ich den nicht aufgeben? Hm. Oh, Wasser. Da. 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 Das ist aber nicht ganz ohne hier, sage ich euch. Da. Schwimmen wir mal rüber. Das. oh vorsicht vorsicht wir haben jetzt noch ein versuch irgendwie das heißt wenn wir irgendwas anderes berühren fangen wir wieder vom checkpoint an ja sehr gut und neuen checkpoint erreicht das schmeißt die mit kastanien oder so aus er muss ja auch schwerer werden wenn man die röhren oben im blick hat dann geht das sogar einigermaßen ja aber so nicht so macht sich weg ja oder pilze da können wir aufsteigen super zu wechseln Oh, jetzt wird es ja mies. Oh, ich habe immer Glück gehabt. Also, wenn jetzt schon die spitzen Kristalle auf der Beförderungsplattform sind. Naja, das Gute ist, dass wir jetzt am Checkpoint anfangen und gucken, was passiert. Okay, wir müssen dann hier lang. Hier ist ein Kristall. Hier ist ein Kristall. Hier ist ein Kristall. Ah, fast. Okay, jetzt weiß ich aber, wo wir lang müssen. Müssen wir uns jetzt den schnappen? Ah. Ungeschickt lässt grüßen. Na, Mann. Es kommt. Geduldiger werden. So. Jetzt der nächste gehört uns. Ja, umschalten. 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 Ne, da muss ich wohl links rüber, oder? Naja. Aufschalten. Äh, Gott. Okay, man kann es ja mal probieren. Der gehört uns wieder. Ah, Mann. Aber jetzt. So, jetzt ja klar. Das war auch gut. Das war auch gut. Okay, wir müssen jetzt hier so rüber. Oh, Vorsicht, Vorsicht. Eine kleine falsche Bewegung und man ist schon unten. Ja, Gott sei Dank war der ein Checkpoint. Jetzt hätte ich echt gedacht, ich werde wahnsinnig. Ah, so klar, dass das wieder passiert. Los, komm. Ist doch gar nicht so schwer. Nein. Falscher Charakter. Ey. Langsam lässt aber die Konzentration hier nach, oder was ist los? Dit, 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 dit. So. geht doch hab noch nicht so ganz rausgefunden wie das da weitergeht also hier ist ja klar das ist auch klar okay also nach oben oh man auch mal nach oben bisschen aufpassen hier ich lachte ihr euch jetzt schon kaputt das ist ja nicht hinbekommen das ist echt eine katastrophe muss ich sagen so und jetzt fehlt mir so ein bisschen das verständnis muss ich sagen fragt nicht wie ich das geschafft habe oh nein ey wir waren so weit oben und ich sage noch fragt nicht wie ich das geschafft habe wir müssen es wieder hinbekommen oh das haben wir jetzt hinbekommen jetzt müssen wir da irgendwie nach oben einen ganz geschickten sprung mitten im flug wechseln das kann ja was werden oh komm wir versuchen es jetzt einfach mal jo alterhin jetzt bleibt bloß oben hier ja wir haben den nächsten checkpoint erreicht es ist ja wie weihnachten ist das geil ist das geil oh glück gehabt wieder ein checkpoint also das geht auch nicht er zeigt ja kann ich hier unter durch ne er zeigt ja an ich soll rollieren irgendwie ja ja da gehen wir beide drauf gehen wir auch beide drauf ah alles klar jetzt habe ich es so komm spießen zack 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 gott ey bis ich das gesehen habe check point aber geile idee muss ich sagen hier wird es wieder ein bisschen tricky und gut dass es hier so viele checkpoints gibt das wäre ich schon verloren das wäre jetzt reiner reflex nein nicht an der stelle sowohl witz was ist du w w WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR So, jetzt müsst ihr euch Ah, super Das ist ja mal crazy, sag ich euch Mal gut, dass der Checkpoint da war Echt gearscht gewesen Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht Was ist denn hier los Oh, schnell weg Das sieht ja mal geil aus Oh Oh Ein Endgegner Ist der hier jetzt abgehauen oder Ne, da ist er ja noch Der muss runter Oh Untertitelung. BR 2018